Hallo und herzlich willkommen zurück zu Get On Board. Heute zum ersten Mal mit einem Thema, wo kein Brettspiel im Vordergrund steht, zumindest nicht das Hauptthema ist, sondern ein Computerspiel. Ich hätte gerne die Schachtel oder das Cover hier, um es hochzuhalten, aber es geht um Heroes of Might and Magic, vor allem den dritten Teil. Heroes of Might and Magic ist eine Computerspielreihe, die Mitte der 90er, ich glaube 95 kam der erste Teil raus, wenn ich jetzt nicht komplett verkehrt bin. Aber der beste Teil für mich und ich glaube auch für viele Fans der Reihe ist Heroes of Might and Magic 3. Ich glaube irgendwie die Restauration Erathias oder sowas ist der Untertitel, ist aber auch vollkommen egal. Dieses Spiel hat sehr, sehr, sehr viele Fans gewonnen, weil es ganz viel vereint. Erstmal ein Fantasyreich, wo ich gar nicht so der Fan von bin, aber gute Kämpfe, viele Entscheidungen einfach, die man im Laufe des Spiels treffen musste, um dann in Kämpfen gegen andere Spieler, die meistens dann neben einem am selben Rechner saßen. Damals war halt LAN und Internet noch nicht so ausgereift, dass das gut funktioniert hätte, aber war so ein Hotseat. Also der, der vor dem PC saß, war gerade der aktive Spieler und beim Kampf saßen dann nochmal zwei und haben dann nach und nach ihre Züge abgearbeitet, weil das war das nächste Tolle an dem Spiel, dass das rundenbasiert war, also nicht in Echtzeit. Auch damals gab es noch nicht so viele Echtzeitspiele jetzt, aber macht es für die Brettspielwelt umso besser, umso geeigneter. Und ich wollte heute mal das Thema aufgreifen, welches Brettspiel kommt denn Heroes of Might and Magic, insbesondere eben im dritten Teil am nächsten, und ich habe das so in drei Unterkategorien aufgeteilt. Was hat Heroes of Might and Magic so besonders gemacht? Erstes Mal habe ich eben schon erwähnt, es waren die Kämpfe. Es war ein rundenbasiertes Kämpfen, wo man entweder andere Gegner, die neben einem saßen, angreifen konnte, oder halt auch von PC kontrollierte Charaktere oder Gruppen oder Helden angreifen konnte. Also man konnte sich quasi entscheiden, wer mit einem menschlichen Gegner noch gespielt hat, konnte man auch noch verschiedene PC-Gegner dazufügen. Es gab aber auch verschiedene Gruppen von Kreaturen, die auf der Karte verteilt waren, die man angreifen konnte, wo man auch vielleicht vorher nicht wusste, wie stark sind die. Und dann gab es ein ganz taktisches und sehr strategisches Element, wie die Kämpfe abliefen. Also es war wichtig, wo waren deine Kreaturen auf dem Spielfeld verteilt oder auf dem Kampffeld verteilt? Welche Kreaturen hattest du wie aufgeteilt? In welcher Reihenfolge durften sie angreifen? Also ein sehr kompliziertes, aber nicht langwieriges Kampfsystem, was immer alle Spieler, die beteiligt waren, involviert und bei Spannung gehalten hat. Zweiter großer Teil von Heroes of Might and Magic, meiner Meinung nach logischerweise das Durch-die-Welt-Reisen. Es war wirklich eine beeindruckend große Karte für damalige Verhältnisse. Also die Map, auf der man herumgereist ist und das ist ja einfach ins Spielgeschehen des Brettspiels zu übertragen, sind die Spielbretter. Also Welten, auf denen der Spieler, die Spieler herumreisen, die Helden auf ihren Pferden, die bestimmte Abenteuer bestehen müssen, die eventuell sogar noch eine Untergrundkarte erforschen konnten, sodass die Map eigentlich quasi doppelt so groß war, wie sie auf den ersten Blick schien. Wo Schätze gefunden werden konnten, wo man Erfahrungen sammeln konnte, wo man, wie gesagt, verschiedene Kreaturen angreifen konnte oder die sich einem angeschlossen haben, Zaubersprüche finden konnte, bestimmte Artefakte finden konnte und so seinen Helden mehr ausrüsten können. Und damit kommen wir auch schon zum dritten großen Thema, was ich einfach mal Micromanagement genannt habe, weil ganz viel musste in verschiedenen Untermenüs und das hört sich jetzt sehr nebulös und irgendwie verzwickt an, aber war es gar nicht, es hat einfach Spaß gemacht. Welcher deiner Helden kriegt welches Artefakt, welche Rüstung, um ihn stärker oder resistenter zu machen, welcher Held lernt von welcher Experience, welche Kräfte oder welche Fähigkeiten. Aber nicht nur die Helden, sondern man konnte an jedem Tag, und das ist eine Runde im Spiel, konnte man in jeder seiner Hauptstädte, man hat mit einer Hauptstädte angefangen, hatte dann im Endeffekt aber mehrere, die man erobern konnte, kann man Gebäude bauen, die ganz viele verschiedene Sachen gemacht haben. Die haben einen Kreaturen kontrollieren lassen oder neue Kreaturen bauen lassen oder rekrutieren lassen, die haben aber auch eine Zaubergilde dann mit ins Spiel gebracht, wo man verschiedene Zaubersprüche noch erlernen oder sich erkaufen konnte, wo man mehr Geld, mehr Einkommen oder mehr Ressourcen, wo es einige von gab, im Spiel bekommen konnte. Und bestimmte Vorteile eventuell im Kampf oder bei einer Belagerung bekommen hat, also ganz, ganz, ganz viel Unterschiedliches, was man da machen konnte. Und das Positive an so einem Computerspiel ist natürlich, dass der Rechner im Hintergrund einiges an dieser Arbeit macht, die man bei einem Brettspiel häufig dann als menschlicher Spieler selber machen muss, die einfach keinen Computer im Hintergrund hat, sondern man muss selber viel von diesem Bookkeeping, dieser Buchhaltung machen. Trotzdem möchte ich jetzt mal ein paar Spiele herausstellen, die dem Spiel meiner Meinung nach, Heroes of Might and Magic, am nächsten kommen. Angefangen bei einem Spiel, was auf dieser Spiele-Serie, auf der PC-Spiele-Serie beruht und zwar Heroes of Might and Magic. Deswegen eine ganz spannende Entstehungsgeschichte, weil das, soweit ich weiß, von einem Fan der Spielreihe ins Leben gerufen wurde. Der hat das designt und hat sich dann an Ubisoft gewendet. Das ist auch, glaube ich, eines der wenigen Spiele, wo ein Ubisoft-Logo mit drauf ist. Und die haben gesagt, ja klar, bring's raus, finden wir cool, unterstützen wir. Also hat die offizielle Lizenz dann davon bekommen. Das Spiel jedoch abstrahiert ein bisschen. Ich hab's ja eben schon angedeutet, man muss das auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen abstrakt erhalten, weil eben es nicht möglich ist, so ein komplexes Gebilde von einem Spiel, was so viel abbildet, wie Kämpfe, wie menschliche Interaktionen, also spielere Interaktionen, wie verschiedene Fähigkeiten und vor allem verschiedene Kreaturen, die alle verschiedene Angriffs-Modis hatten und verschiedene Stärkepunkte hatten, die man noch verbessern konnte und die man im Laufe des Spiels auch noch verbessern konnte. Das ist nicht so einfach, das auf ein Brettspiel umzumünzen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass es Ereignisse gab, jede Woche war was Besonderes. Eventuell, wenn man auf ein bestimmtes Feld auf der Karte getreten ist, dann ist was Besonderes passiert. Das Spiel macht das schon nicht schlecht. Es ist meiner Meinung nach nicht die beste Heroes-Umsetzung. Was den Kampf angeht, es ist zwar rundenbasiert und es ist auch mit den Würfeln schon interessant, weil die Ergebnisse, die man würfelt, man dann verteilen kann. Ein bisschen abstrakt finde ich dann, dass diese abgegradeten Kreaturen, das ist bei Heroes glaube ich immer so gewesen, seit dem ersten Teil, dass man eine Art von Kreatur nochmal in eine bessere Kreatur umwandeln konnte. Zum Beispiel aus den menschlichen Engeln wurden dann die Erzengel, die nochmal deutlich besser waren, mehr Widerstandsfähigkeit hatten und so weiter. Das ist hier auch so, aber im Endeffekt habe ich mich jetzt nicht so gefühlt, als wären die besseren Kreaturen jetzt irgendwie wichtiger fürs Spiel oder sowas. Aber das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten das auf der Welt rumreisen. Die Welten waren mir alle zugleich hier. Also diese Welterkundung war für mich nicht so spannend hier. Und das Micromanagement war mir zu stark abstrahiert. Da gibt es einige Beispiele jetzt gleich noch, die ich nennen werde, die das deutlich besser machen für mich. Aber für Leute, die Heroes of Might and Magic mögen, die sollten das Spiel vielleicht mal ausprobieren. Auch wenn ich für jeden Punkt, also sowohl Kampf als auch Micromanagement, als auch dieses Reisen auf der Welt, bessere Beispiele finde. Aber vielleicht für so einen Allrounder ist das natürlich nicht schlecht. Und ich wäre ja bescheuert, wenn ich jetzt bei einem Heroes of Might and Magic Brettspielvergleich das Spiel nicht nennen würde. Kommen wir jetzt mal zu einem der Spiele, wo ich denke, das macht einen Aspekt wirklich richtig gut. Und so gut wie keine anderes dieser Spiele und fast so gut wirklich wie das Original-PC-Spiel. Das ist ein Spiel, was einige von euch gehört haben. Es ist The Seventh Continent, was einfach, und ihr werdet es wissen, das Reisen auf der Map wirklich genau so in sich hat, wie Heroes of Might and Magic, das PC-Spiel. Erstmal ist der Ausschnitt der Karte, die ihr von oben, genau wie in einem Computerspiel, seht am Anfang, winzig klein. Und ihr könnt immer weiter erkunden, manchmal in alle vier Himmelsrichtungen, manchmal aber auch nur in bestimmte Richtungen, weil zum Beispiel eine vom Meer oder von Bergen abgetrennt ist und ihr könnt da noch nicht hin. Und so erforscht ihr immer mehr, Ereignisse kommen auf euch zu. Da hört der Vergleich dann auch schon so ein bisschen auf. Es ist jetzt keine Heroes-Umsetzung, aber ich glaube für Leute, die das bei Heroes genossen haben, die Welt zu erkunden und dynamische Ereignisse zu finden, die auch nicht jedes Spiel gleich sind. Das heißt, wenn wir diese Spielrunde in den Norden aufbrechen, in die Berge, werden wir eventuell was anderes vorfinden, als wenn wir das beim nächsten Spiel exakt genauso machen, weil eben verschiedene Karten für verschiedene Kartenabschnitte benutzt werden und so immer ein dynamischer, anderer Spielverlauf sichergestellt ist. Wirklich klasse gemacht. Beim Kampf würde ich sagen, ist es gar nicht wie Heroes hier, wenn überhaupt gekämpft wird. Ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, zweimal gespielt und die Spiele können wirklich lang sein, je nachdem, wie viel Glück oder Pech man hat mit dem Kartenziehen. Aber Kämpfen ist definitiv nicht der Fokus des Spiels. Und auch das Micromanagement. Man hat hier Helden, wo man auch mit anderen Spielern zusammenspielen kann. Es ist ein kooperatives Spiel, aber es ist nicht so wie bei Heroes. Zwar muss man seine Helden auch ein bisschen ausrüsten und kriegt eventuell Artefakte, die man dann sogar kombinieren kann. Also das ist schon stark gemacht. Aber es hat bei mir zumindest jetzt nicht dieses Heroes of My The Magic Feeling ausgelöst. Aber wie gesagt, das auf der Welt rumreisen ist wirklich klasse, klasse umgesetzt. Ein weiteres Spiel, wo es einen Aspekt gibt, der so gut gemacht ist wie bei keinem anderen, ist meiner Meinung nach, und jetzt werdet ihr erstmal sagen, das ist überhaupt nicht wie Heroes, das stimmt. Aber im Wandel der Zeitalter, für Leute, die das Micromanagement mögen, das ist bei dem Spiel hier super, super gut gemacht. Ihr habt eine Hauptstadt und müsst da die Versorgung sicherstellen für Nahrung, für Erz, um Gebäude zu bauen. Müsst gucken, dass ihr genug Arbeiter in der Stadt habt. Also es geht sogar noch weiter und viel tiefgründiger als eben Heroes. Das ist ein absolutes Zivilisationsspiel, was nicht in der Fantasywelt spielt. Aber bei Heroes gab es ja auch zum Beispiel die Rasse der Menschen. Und da ist das hier, finde ich, wirklich nicht weit weg. Also weil man so viele Entscheidungen darauf treffen muss, welche militärischen Einheiten habe ich, welche zivilen Einheiten habe ich, welche Gebäude baue ich, die mir welche Vorteile im Laufe des Spiels verschaffen. Und es gibt zwar einen militärischen Aspekt hier, wo man mit anderen Spielern auch kämpfen kann, aber auch der ist jetzt definitiv nicht der Fokus und man kann durch das Spiel auch gehen, ohne überhaupt mal zu kämpfen. Wobei das natürlich auch in der Entscheidung der Spieler liegt, wie sie spielen wollen, ob sie oder ob sie nicht militärisch agieren wollen. Aber es ist wirklich ein klasse Spiel, was bei mir so im Nachdenken, wenn ich so Spiele gesucht habe, wo ich dieses Micromanagement wie bei Heroes machen wollte und wo dann während des Spiels im Kopf das Managen der Hauptstadt und meiner Zivilisation folglich sehr prominent ist. Also wo das wirklich der Schwerpunkt des Spiels ist. Und das ist hier definitiv so. Wie gesagt, vom Thema weit weg von Heroes, aber ich wollte es dennoch erwähnt haben. Ein Spiel, wo das Thema zwar näher ist, die Mechaniken aber deutlich weiter weg sind, aber ich wollte es trotzdem auch erwähnt haben, ist Terra Mystica. Auch hier werden jetzt wahrscheinlich einige von euch sagen, naja, naja, weiter hergeholt. Ja, weil gekämpft wird hier nicht, aber der Aufbau seiner Zivilisation und vor allem die verschiedenen Zivilisationen und was die für verschiedene Fähigkeiten haben und wie sie sich von den anderen unterscheiden, das finde ich ist schon nah an Heroes dran. Jetzt muss man sagen, wenn Heroes ein wirkliches Brettspiel wäre, also wenn man bei Heroes of Might and Magic diese Kategorisierung gemacht hätte, ist es ein Euro-Game oder ist es ein Merry-Trash-Game oder ein sehr thematisches Spiel, dann wäre es wahrscheinlich ein hoch thematisches Spiel gewesen mit ganz vielen Euro-Game-Einflüssen. Das hier, Terra Mystica, wisst ihr selber, ist ein absolutes Euro-Game. Wo aber finde ich viele Teile, wie zum Beispiel der Aufbau von den Gebäuden, welche Gebäude baue ich wann, welche Gebäude geben mir welches Einkommen, was mache ich mit den Gebäuden und wo breite ich mich wie auf der Map aus. Zumindest in kleinen Teilen, finde ich, von Heroes nicht vielleicht inspiriert wurde, aber durchaus eine Vergleichbarkeit da ist, finde ich. Aber es ist weit hergeholt, weil vor allem auch der Kampf und das auf der Welt rumreisen eigentlich fast gar nicht so ist wie bei Heroes. Aber wie gesagt, auch das wollte ich erwähnt haben. Dann ein Spiel, was in zwei Aspekten, finde ich, nah dran ist, ist, oh, das ist unfassbar schwer hier, weil alles in dieser fetten Legendary Box ist, ist Scythe. Viele von euch kennen es wahrscheinlich, wo man direkt mal sagen muss, sei es überhaupt nicht wie bei Heroes, ist das Kämpfen. Weil bei dem Spiel kann man gut durchkommen, ohne überhaupt mal gekämpft zu haben. Das Spiel belohnt euch fürs Kämpfen, aber es ist definitiv nicht der Fokus des Spiels. Und vor allem ist da nichts Rundenbasiertes beim Kampf, sondern es ist einfach nur eine Karte hochhalten. Wie viel Kampfstärke gebe ich mit auf den Weg, meinem Volk, und wie viel Kampfstärke gibst du mit auf den Weg. Ansonsten war es das. Aber das Micromanagement seines eigenen Spielertableaus. Welche Gebäude baue ich? Wann baue ich meine Mechs? Und mit welchen Fähigkeiten statte ich meine Mechs jetzt noch aus? Wo sind meine Gruppen auf dem Spielfeld? Und wo lasse ich sie erkunden? Also sowohl das Erkunden, finde ich, hat ein bisschen was von Heroes. Jetzt nicht komplett, aber durchaus ein bisschen was. Auch wenn man die ganze Karte schon am Anfang des Spiels sieht. Also es ist nichts irgendwie verdeckt oder sowas. Sondern es ist immer für alle offensichtlich, wo welche Spieler sind. Was bei Heroes auch nicht so war, wenn man nicht beim Gegner auf die Karte gespinxt hat. Aber das Micromanagement ist bei dem Spiel sehr gut umgesetzt, weil ich mich immer so fühle, als hätte ich meine Zivilisation oder meine Fraktion in dem Spiel aufgebaut und groß gemacht. Was ich bei Heroes mit das befriedigendste Spielerlebnis fand. Wenn so wochenlang, also wie gesagt, eine Runde ging über einen Tag und nach sieben Tagen logischerweise war eine Woche dann vorbei, wo ein großes neues Ereignis passierte und die Bevölkerung wieder wuchs, die man sich dann neu kaufen konnte oder neu rekrutieren konnte. Und es gab nichts befriedigenderes, als nach irgendwie drei oder vier Spielwochen so eine Riesenstadt gebaut zu haben. Schon seine zweite von einem PC-Spiel erobert zu haben. Eventuell sich das erste Mal mit einem Gegner auf der Map duelliert zu haben. Und auch diese Progression von so einem Spiel, die ist bei Scythe auf jeden Fall geworden. Und es ist nicht so lang, das Spiel. Was bei Heroes teilweise nicht so war, das konnte man wirklich, ich will jetzt nicht bis zum Verrecken sagen, aber wir haben das teilweise, glaube ich, wir haben nachts um zwölf angefangen und wir haben dann bis morgens um sieben, als es schon lange, lange hell war, immer noch gespielt, die gleiche Runde. Was als Kind einfach total Spaß gemacht hat. Ich sollte sagen, als, glaube ich, Heroes 3 rauskam, war ich so, ich würde sagen, zehn oder elf Jahre alt. Also genau in dem Spielalter, wo man sagt, ja, jetzt ist so das, was einen prägt. Deswegen mache ich das Video hier auch, weil Heroes of Might and Magic mich als PC-Spiel absolut geprägt hat. Egal, ob ich jetzt an PC-Spiele denke, die ich nicht so oft spiele oder auch an Brettspiele, weil ich jage halt diesem Spiel immer noch so ein bisschen hinterher und hoffe, dass ich irgendwann mal das perfekte Heroes-Spiel finde. Und zu dem Stichpunkt muss ich sagen, das für mich am perfektesten abgebildete Heroes of Might and Magic Spiel als Brettspiel ist definitiv. Und ich weiß nicht, ob bei dem Design Heroes of Might and Magic im Kopf von Scott Arms, dem Designer, eine Rolle gespielt hat. Es ist Heroes of Land, Air and Sea. Logischerweise beim Titel denkt man sich schon, es könnte sein, dass da eine Verbindung gegeben haben könnte. Aber es ist offensichtlich, dass es entweder ein großer Zufall ist oder da hat irgendwas stattgefunden, dass der das als Kind auch gespielt hat oder sowas. Oder ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich möchte ihm jetzt auch nicht zu nahe treten. Vielleicht hat er es auch als alter Kreis schon gespielt und ist jetzt noch ein viel älterer Kreis. Ich weiß es nicht. Aber bei dem Spiel Kampf einigermaßen wie bei Heroes. Nicht wirklich. Aber er ist spannend genug, um alle Spieler, die daran beteiligt sind, immer beteiligt zu halten und so, als hätten sie Kontrolle. Vor allem, weil man mit manchen Zaubersprüchen noch Einfluss nehmen kann von außen auf diesen Kampf. Und das ist genau wie bei Heroes. Weil bei Heroes standen eigentlich die Kreaturen im Vordergrund, die sich gegeneinander duelliert haben und vom Spieler kontrolliert natürlich duelliert haben. Aber der Held des Spielers, der immer beteiligt war an einem Kampf, konnte dann ab und zu noch einmal pro Kampfrunde noch mit Zaubersprüchen von außen einwirken, wenn er noch genug Mana hatte. Auch ein Faktor, der definitiv viele Leute begeistert hat. Das ist bei dem Spiel hier genauso. Dann die Hauptstadt aufbauen. Es gibt hier diese Hauptstadt-Tableaus. Ich wette, das ist das einzige Spiel, was ich jetzt mal öffnen werde, weil ich euch eben zeigen will, wie nah das ist. Also erstmal, wenn man das Spiel öffnet, sieht man, dass es für jede Rasse, und das ist auch wie bei Heroes, ganz viele verschiedene Bauwerke gibt. Also die haben dann eigene Schiffe und eigene Hauptstädte, eigene Türme. Dann, bevor wir zu den Hauptstadt-Tableaus kommen, die für mich den größten Teil von dem Heroes-Feeling ausmachen. Bei der Karte ist es so, dass ihr zwar wisst, was wo ist, die Karte ist immer in dieselben Kontinente unterteilt, dieselben vier, aber da sind so Chips, so Plättchen drauf verteilt, die verdeckt drauflegen, die ihr erkunden könnt, und das ist unter anderem auch einer der Endgame-Trigger. Das heißt, wenn alle von diesen Plättchen aufgedeckt wurden, dann ist das Spiel vorbei, weil dann die ganze Erkundung stattgefunden hat auf der Map. Und da ist es so, dass halt verschiedene Ereignisse passieren können, ungefähr eben wie bei Heroes, wo ihr eventuell Rohstoffe bekommt oder ein Kampf stattfindet, wo ihr euch von einem Ort zum anderen teleportieren könnt, ganz viele verschiedene Sachen. Und jetzt kommen wir zu den Hauptstadt-Tableaus. Ihr seht, hier sind ganz viele dabei, weil es glaube ich mit der Erweiterung, die hier ist, Order and Chaos, zumindest die erste Erweiterung, gibt es jetzt acht Fraktionen, die ihr spielen könnt, die nicht komplett gleich sind zu Heroes of Might and Magic, aber wo auch einige Inspirationen, glaube ich, von genommen wurde. Und zwar gibt es da zum Beispiel hier die Elfen, die Menschen, das Lizard-Volk, die Untoten, die Orks, und wenn ich diese Hauptstadt-Tableaus schon sehe, auf der Rückseite übrigens immer mit einem Solo-Modus, dass man quasi gegen jede von den Rassen auch noch Solo spielen kann, was dem Heroes-Spiel deutlich nahe kommt, finde ich, habe ich dann immer schon diese Titelmelodie von der jeweiligen Hauptstadt. Wenn man die Hauptstadt angeklickt hat von einem Volk, dann lief im Hintergrund schon immer diese Musik von den Menschen, oder von den Untoten, oder von der Steinstadt, was es alles da gab. Und ihr seht, dass man hier A, verschiedene Kreaturen rekrutieren kann, die dann für einen kämpfen, und jede Stadt hat ihre eigenen Kreaturen, die hier durch solche Miniaturen dargestellt werden. Also das sind jetzt nicht die richtigen für diese Fraktion, aber hier seht ihr zum Beispiel, dass teilweise schon Bemalte in der Box waren. Aber wie gesagt, jede Fraktion hat so ihre eigenen Helfer, Krieger, was auch immer, oder auch Helden. Die sind alle hier drin, da sind alle Miniaturen drin, die werde ich euch gleich auch noch ganz kurz zeigen. Und gleichzeitig auch die Fähigkeiten freigeschaltet hat, je nachdem, wie weit man seine Hauptstadt schon ausgebaut hatte, hat man dann verschiedene Fähigkeiten eben für dieses Haus oder für diese Rekrutierung bekommen. Also auch das sehr, sehr nah am Heroes dran. Sodass man sich, je weiter das Spiel vorangeschritten ist, noch mehr von den anderen Spielern unterschieden hat, weil die Fähigkeiten der Hauptstadt, der eigenen Rasse einfach noch mehr vorangeschritten und noch mehr freigeschaltet wurden. Und ihr seht, die sind bei allen tatsächlich anders. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich aus der Distanz nicht lesen, aber die sind wirklich alle anders, sodass man einen anderen Fokus auch hat, wenn man eine andere Rasse wählt. Und das andere Spiel, oder das nächste Spiel, was man spielt, wo man natürlich dann mal eine andere Rasse, wie zum Beispiel die Zwerge, ausprobieren möchte, einen deutlich anderen Fokuspunkt auf das Spiel lenkt. Zum Beispiel kann man dann vielleicht besser in manchen Regionen kämpfen oder man kann sich leichter durch die Map bewegen oder man kann einfacher Leute rekrutieren. Also wirklich sehr anders. Und bevor ich euch jetzt aber entlasse und ihr mir bitte schreiben sollt, was ihr noch denkt, was die Heroes ist, welches Brettspiel ich vergessen habe. Ich habe natürlich auch nicht alle gespielt. Ich habe gehört, dass Mage Knight noch sehr nah am Heroes dran sein soll. Das habe ich nicht gespielt, wo ich immer so ein bisschen dachte, dass das vielleicht, ja, mir zu komplex ist. Aber wie gesagt, man muss halt auch die richtige Mischung abwarten zwischen ein bisschen Abstraktion, wo man einfach als Spieler nicht das alles machen kann mit einem Brettspiel, was der PC im Hintergrund gemacht hat und aber schon thematische Integration. So und jetzt, bevor ich weiter quatsche, hier sind zum Beispiel von zwei Fraktionen die Miniaturen. Ihr seht, es gibt immer drei bemalte, das sind die drei Helden, die ihr dann in einer, ich glaube auch Taverne anheuern könnt, die euch verschiedene Fähigkeiten geben. Und dann gibt es immer noch zwei verschiedene Arten von Kriegern. In dem Fall hier bei den Elfen sind es welche, die so Bogen in der Hand haben und einmal noch, ich glaube normale so Fußsoldaten, die dann ein bisschen weniger stark sind. Aber genau das gleiche gibt es dann. Hier nochmal, hier kann ich nicht ganz so anheben, weil da kein Deckel drauf ist. Probiert euch aber trotzdem zu zeigen. Hier, wobei die sind einigermaßen fest auch drin. Ja, kann ich sogar kippen. Und was ich eben noch so ein bisschen abgetan habe, also ist ganz schön, das Kampfsystem ist wirklich, wirklich cool gemacht, wo es ein bisschen so Steinschere, Papier, aber nicht nur mit drei oder vier Sachen, wenn man mit Brunnen spielt, sondern mit sieben oder acht Karten ist. Und man muss immer so den Gegnern ein bisschen voraus sein, was sehr taktisch ist, sehr, ich weiß, dass du das nimmst, deswegen nehme ich wahrscheinlich das. Aber wenn du weißt, dass ich das nehme, nimmst du wahrscheinlich das. Was nicht ist wie bei Heroes, aber in der Kürze der Zeit wahrscheinlich das beste Kampfsystem ist, was ich in einem Spiel bisher mitbekommen habe. Ich habe jetzt auch nicht so viele Kampfspiele gespielt, weil das nicht so ganz mein Fokus ist. Aber trotzdem gefällt mir das in dem Spiel wirklich gut. Vor allem, wenn man da noch mit den Zauberkarten spielt und mit, also mit denen sollte man immer spielen, aber wenn man die auch wirklich benutzt und wenn man Fokus darauf legt, dass sein Held noch Kampfkarten beziehungsweise magische Kampfkarten auch benutzen kann oder irgendwelche magischen Zaubersprüche, die den Kampf noch beeinflussen können, benutzt. Also wirklich ein ganz, ganz klasse Spiel. Ein Spiel, von dem ich ja auch schon ein paar Mal geschwärmt habe. Was ihr definitiv mal ausprobieren solltet, solltet ihr so nicht getan haben und wenn ihr Heroes-Fan seid. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meinen Wahlen haltet, meinen Spielen, die ich euch hier gerade vorgestellt habe. Manche sind näher dran, manche sind ein bisschen weiter weg. Heroes of Land R&C, die finde ich ist definitiv am nächsten dran. Aber sonst gerne andere Vorschläge, wo ihr dieses Heroes of Might and Magic Feeling hattet. Dieses Klicken, Klicken, Klicken und Sachen einsammeln, Experience Point sammeln, eure Helden ausrüsten, noch mehr Kreaturen sammeln, ob es Greifen oder Erzengel oder was auch immer waren. Und ob ihr auch den dritten Heroes of Might and Magic Teil am besten fandet, weil ich finde danach ging es so ein bisschen bergab, weil es einfach witzigerweise so ein bisschen zu modern wurde. Also so eine 3D-Ansicht hat einfach nicht zu Heroes gepasst, meiner Meinung nach. Dieser Charme des dritten Teils, der wurde nie wieder erreicht für mich. Aber das ist auch der Grund, warum ich ihn immer noch spiele und immer noch installiert habe auf dem Rechner, wenn ich auch das Cover vom PC nicht gefunden habe. Ich glaube, ich habe es über Steam oder sowas installiert. Ist ja auch egal. Schreibt gerne in die Kommentare, welches PC-Spiel ich als nächstes in diesem Format irgendwie noch erörtern sollte. Ich habe noch an Age of Empires 2 tatsächlich gedacht. Auch so ein Klassiker, der immer noch sehr, sehr beliebt ist. Aber auch da gerne Anregungen und das Video. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Gönn an Bord. Ciao.